Das ist eine ganz kleine Wall of Fame von Jacob & Co. Kunden. JC, wir haben Rihanna, wir haben die Beckhams, Eva Longoria, Desperate Housewives, wir haben Madonna, Cristiano Ronaldo. Guckt mal, wo wir uns einreihen dürfen. Das ist so ein spezieller Augenblick für uns. Ab geht's. Das ist Spitzenklasse. Das ist absolute Champions League. That's Champions League Final. Diese Uhr ist deutlich teurer als das Haus, das ich mir vor zehn Jahren gekauft habe. Wir haben unsere Uhren. So, wir sind jetzt beim Zoll vorständig geworden. Irgendwie zieht sich das Ganze hier im Zoll mittlerweile. Uhren sind ausgepackt, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Uhren durch den Zoll bekommen.